Okay. Sogar ein kompletter Neustart des Spiels hat nichts gebracht. Ist hier eigentlich irgendwas anderes außer Gegnern? Doch, es hat was gebracht. Link macht wieder Ehek. Naja, ich hätte da wohl lieber die Musik zurück. Naja, oi. Schließt euch gegenseitig ab. Kommt schon. Schließt euch gegenseitig ab. Danke. So. Da sind zwei wenigstens ausgeschalten kurz. Ich kann nicht wirklich kämpfen. Alter, diese Burgenschütze. Ich hasse sie. Stöp. So, und ihr beide hier. Stöp. Stöp, Stöp. Oh, ne Truhe. Die komische Geräusche von sich gibt. Oooo, okay. Wulup. Oh. Ich vergesse mal wieder, dass ich da mit dem Kopf so cool rumbackern kann. Übrigens trinke ich jetzt einfach mal ganz dreist. Oh. Ich schätze einfach mal, dass dieses Schwert stärker ist. Und dass ich mich darüber freuen kann. Was ich... What the fuck? Ah. Oh ja, das ist stärker. Oh, schön. Man bekommt also doch noch irgendwelche Upgrades in dem Spiel. Schön. Hat es sich doch noch gelohnt, für mich da hoch zu kämpfen. Können wir doch mal schauen, ob das da hinten offen ist. Ach, gehen wir gar nicht von hier aus. Schade, schade. So. Dann haben wir den ganzen Crap hier auf. Und kämpfen wir uns noch mal in den Keller runter, würde ich sagen. Wenn ich sonst keine Ahnung hätte, wie es weitergeht. Naja. Bogenschützen habe ich mal wieder. So. Jetzt haben sich alle wieder gegenseitig abgeschossen. Und ich kümmere mich um... Zwei... Ah, jetzt braucht er einen Schlag weniger, um zu sterben. Das ist schön. Eins, zwei... La, 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 la. Ich bin der Imba-Master mit meinem Schwert. Chaka, 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 chuchu, chichi, chau. Chaka, 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 chuchu, chichi, chuchu. Chaka, chichi, chachi, chichi, chakachu. So. Ich weiß zwar nicht, was ich gerade von Geräuschen von mir gegeben habe. Aber es hat irgendwie... Mich wenigstens abgelenkt, dass ich... Habe ich jetzt schon 64er Stacks. Oh Gott. Kann ich die wenigstens verkaufen, die Klauschelsknochen? Lala, lalala, lala, 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 l Also, ich meine, so Wheel Life und so. Dann könnt ihr ja alle zu Schaschläge verarbeiten und so. Voll Ultra-Stylish, Mega-Ultra-Skeller-Power. Okay. Äh, Reusper, Reusper. Yay, Spinnenskelette, Spinnenskelette, Spinn... Ja, das ist deine Tür, schön. Okay, Spinnenskelette, Spinnenskelette, Spinnenskelette... Stecke hier, Stecke hier in der Ecke, Stecke in der Ecke. Okay, das Geh hält mir nicht. Stecke, 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 Stecke. Hm, die Brücke ist wieder ganz. Ah, es ist wieder offen. Okay. Vielleicht hätte ich doch also das Schwert noch holen müssen. Naja, ich bin auf jeden Fall... Hm, da ist ein Tunnel. Hm, Fackel. Tsch, 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 tsch. Oh, da rauten! Da war eine Sekunde mal wieder die Musik da. Leider nur eine Sekunde, aber sie war da. Das heißt gar nicht. BAM! Okay, jetzt war da ein Timing-Geräusch. WTF? Ist going up. Wo bin ich hier überhaupt grade? Ah, hier am Anfang wo ich links gegangen bin wegen dem Turm da hinten. Jetzt gehen wir noch mal rechts. Vielleicht gehts ja da jetzt weiter ins neue Gebiet. Ich hoffe es einfach mal. Diese Firelands... Habe ich auf jeden Fall einen Schlüssel zugefunden. So. Hallo Hundys, ich bin jetzt stärker. Ihr seid jetzt mit zwei Schlägen tot. Hehehe. Ich bin zu imber. Hier ist gar nichts. Außer vielleicht einen Skill-Jump. Könnte man den Sprung schaffen eigentlich? So. Kann man eigentlich so einen Blocksprung schaffen? Ich weiß es gar nicht. Wenn man jetzt hier in der letzten Sekunde springt, dass man nicht mehr die Decke berührt. So wie so... Ja, könnte man sogar schaffen. Aber ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Trotzdem. Näh. Das wär... Übers. Du könntest mir aber helfen, mich da hochzuschubsen. Und auch nicht. Ja komm, stirb einfach. Ähm... Ja. Außer mir rausgletschen will ich mich ja nicht unbedingt. Sprinten kann man auch nicht. Ähm... Okay. Ich weiß grad nicht, wo ich hin muss. Um ehrlich zu sein. Ich hab ja keine Karte und ich kenn auch keine Stelle mehr, wo ich einen Schlüssel hätte einsetzen sollen. Ich lauf nochmal in die Richtung zu dem Schloss hin, wo die Brücke war und alles. Und... Schau nochmal den anderen Weg da, die andere Richtung, die möglich gewesen wäre. Oder schau mich da nochmal genauer um. Vielleicht hab ich ja doch irgendwas übersehen. Also da aus dem Berg kam ich raus, oder? Ja genau. So als Super-Secret-Exit. Und... Da war nur das mit dem Eisplatten, wo man drüber musste. Da war ja auch nicht so... Ja, dann müssen wir nochmal ganz zurück zum Hyrule-Feld und den linken Weg gehen. Oh ja, das wird eine schöne Wanderung. Aber ich hätte sehr gerne die Musik doch bitte. Ich geh nochmal mit euch jetzt... Titelmenü... Save Fun... Reingehen... Kurzen schauen, wie er im Scalping steht. Äh... Nichts besonderes... Okay, und... Hallo, ich hätte gerne die Musik! Dann sing ich eben für euch. ... Da war sie eine Sekunde! Fuck you, Musik. Fuck you very much. Naja, es gibt noch einen zweiten Weg. Und der könnt ihr vielleicht doch ins Feierland führen oder so. Wer weiß? Niemand weiß. Ich will wissen. Nein, ich weiß es aber nicht. Hier hoch. Ehe die übelst schöne Pixelsonne anstarren. Wieder hier in die Höhle gehen. Sich wundern, ob die Spinne noch lebt, die man beim letzten Mal einfach am Leben gelassen hat. Eine, die stand hier unten in der Schlucht. Die wäre dann dort gewesen. Hm. Trotzdem mal nach hinten schauen und dann wieder nach vorne. Ähm, schauen, was da in der Hecke ist. Äh, ich bin der Nemo. Nein, okay. Äh, da ist also nichts. Dann hier... Musik! Ach, geil! Nein, haha. Aber endlich wieder Musik. Schön. So... Einer meinte ja auch ganz witzig, ich soll immer mit den Knochen zu den Hunden gehen. Ja, nein, die haben schon rote Augen. Und wenn Hunde rote Augen haben, sind sie nicht mehr sehenbar. In keinster Weise. Und wir sind ja hier nicht bei Animal Crossing oder wie heißen das mit den Tieren mit der Farm... Harvest Moon. Genau. Wir sind hier nicht in Harvest Moon, wir sind hier bei Zelda. Hier zähren wir uns keine Hunde. Ähm... WTF?! In welche Richtung muss ich bin... ...und ich bin hier bei Zelda. Ja, natürlich. Ohne Karte kenn ich mich aus. Habe ich noch ne Map? Danke. Hey, guck mal, ich kann mit meinem Schwert durch meine Arm schlagen. Tch 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 tch. Okay. Ach, ich muss die Map auch draußen haben, sonst erneuert dieses nicht alles mit. Okay. Tch 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 t Congratulations! Du hast es geschafft, Version 0.9! Ich bin fertig! Wo ist das Posen? Ich weiß nicht! Das schreckt mich! Warum ist er gebrannt? Er hat sich nicht über mich unterhalten, süß! Ich bin der Neue! Da! Der hat die Map erstellt! Chain, Gary, 52.000.000. Subscribe, bitte! Ja, also wenn ihr ihn abonnieren wollt und schauen wollt, was neu rauskommt, oder mich informieren wollt, wenn eine neue Version da ist und so weiter... Da, den... Ups, jetzt habe ich es weggeschlagen. Ja, tut mir leid, Gary. Ich bin der Kreator dieser Map! Ich liebe diese Map! Ich liebe diese Map! Ich bin ein Beta-Tester dieser Map! Oh Gott, sie starten mich allein! Dafür mache ich euer Feuer aus! Kann ich euch angreifen? Nein! 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 Okay! Ich logge ich auch noch weg! Und... Ja, wir sind fertig mit dem... Zelda-Adventure! Cool! Ähm... Gibt wahrscheinlich mittlerweile schon eine neuere Version, aber ich warte noch, bis wirklich zwei, drei, vier neue Tempel da sind oder so... Und. Ja... What do you do? Ähm... Ich weiß nicht, ich schaue mich um... Ich rede hier gerade noch... Problem damit? Text, 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 Text Text, 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 Text Jetzt Profess and Slack Dagger Salida